hey leute und willkommen zu einer neuen folge minecraft bad wars und ja wieder mit mir alleine aber ich verspreche euch bald kommen folgen auch mit toby und flo wieder und ja letztes mal habe ich so kühn behauptet wir spielen auf der map cube world das ist aber eine lüge gewesen da haben wir auf der map wonderland glaube ich gespielt jetzt spielen wir auf der map cube world alles cool leute ich wollte euch natürlich nur ein bisschen verarschen jetzt weil ich wusste ja schon dass wir jetzt auf der map cube world spielen übrigens heute sind die bad wars server also heute ist immer noch der tag wo das map update raus kann also der gleich tag an dem ich auch die letzte folge aufgenommen habe und die server sind einfach irgendwie richtig behindert heute ja also es geht überhaupt gar nichts mehr das ist jetzt eine der ersten runden seit der anderen runde in die ich reingekommen bin tatsächlich und das finde ich schon ein bisschen komisch warum muss ich jetzt einfach mal so sagen der xxnick troller den müssen wir mal trollen ja komm gehen wir aus dem weg junge oh fuck man schade ich wäre irgendwie durchgesprungen einfach aber einen habe ich mitgerissen ja und den xxnick natürlich auch noch wer peinlich gegen den xx typen zu verlieren das würde ich irgendwie würde mir irgendwie nach hängen hätte ich gegen den verloren also rot will ich eigentlich gerne das bett kaputt machen den out ist der wie und das ist ein xx typen da kriegt er die combo of life und alles weg warum soll ich eigentlich mal kommen auf live naja das ist voll hips voll hips das voll hip ich weiß nicht was ich tun soll aber ich beschäftige euch ihr könnt in der zeit nichts machen ja 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 so ist es du ich bin dann voll schuldigen gestorben auch mein das ärgert mich so das grüne bett ist schon kaputt so wie sich das gehört ja ich bitte euch wer hätte je was anderes erwartet so jetzt kommt jetzt ist bestimmt ganzes ganz rote team ist wütend auf mich glaube ich ja 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 das wird ganz dolle wütend auf mich sein ja ja guck da kommt schon der xxer geh mal da unten hin komischer xxer so ich unterstütze da mal meinen kollegen bei dem abbau des bettes bei einer könne denn nein lasst mich bitte nee man jetzt hatte ich gerade ein lied von nikki minaj aber jetzt jetzt habe ich auch keine lust mehr das zu sehen nee nee also wenn wenn die mich schon runter boxen alter was ist denn mit dem bad war server los sei ohne witz das ich verstehe das nicht mein liebes goma hat die punkt nicht die alter die nehmen meine ganze arbeit weißt du das was ich immer mache kann ich heute irgendwie nicht tun warum hat das nicht funktioniert ich bin jetzt ein bisschen traurig hallo spieler warum bist du nicht runter gefallen tschüss ich wollte schon sagen mein schlag hat nicht geklappt das war nix so hallo blau wie geht es euch heute so denkst du ein block ist ein hindernis bin ich gut oder bin ich geil okay paul kastel weißt du oh hallo bogen ne ich habe ein bisschen ich will nicht so gerne abgeschaut ach komm bitte 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 hör auf damit ja guck mal ich hole mir jetzt auch einen bogen dann können wir ein faires bogen bettel machen dass ich gewinnen werde oh guck mal noch mehr und in der letzten folge wurde mir geschrieben dass ich ähm 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 angeblich zu viele loidie beleidige und damit wollte ich dann natürlich aufhören es passiert halt manchmal total unbewusst ich hoffe ich habe in dieser folge bisher keinen beleidigt weil also ich mir ist nichts aufgefallen ich werde jetzt auch keinen beleidigen hoffe ich mal paul kastel er kriegt sich wieder gut das ist gut so weil er hat auch gute arbeit geleistet ja es gibt gute spiele in beetwurst tatsächlich tatsächlich zack ähm ich habe ein bisschen angst dass blau jetzt sich denkt yolo bolo kapolo pum weiß ich nicht ne habe ich ein bisschen angst halt vor ich bräuchte halt ein bisschen iron nennt sich das glaube ich verpießt euch gib mal gib mal so her kann ich da so so ein ding halt draus machen ne ja so so ein ding halt halt so ein schwert ne habe ich mal gehört soll ganz gut sein so ist auch ziemlich ähm ja okay alles ja so okay wo ist denn der kollege der ein faires bogen wette mit mir haben wollte also er wollte wahrscheinlich kein faires aber ich will ein faires komm schon ne ich habe ihn nicht erwischt kleinen zigeuner okay hol ich mir ich hole mir jetzt ein eisenschwert irgendwann ist auch mal genug ne irgendwann ah fuck ich habe zigeuner gesagt nehmt es mir nicht zu übel es tut mir leid ähm ich brauche ein bisschen eisen 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 wow 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 ist da was gespawnt alter das gibt es ja überhaupt gar nicht so okay iron sword ich habe nicht liegen ähm chestplate 1 2 3 1 2 3 ah ja okay ne so so okay zack 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 gut jetzt kann es weiter gehen Paul Kastel hat wieder eingetötet sehr gut Paul Kastel ja auch alright du hast schon wieder eingetötet respekt an an dich ne respekt ich hoffe die waren gut equipped weil sonst wäre ich jetzt gleich ziemlich äh naja sagen wir mal down ne naja fuck off hier komm du da hinten beim eisen oh jetzt kommen sie auch noch alle ja da lasse ich mich natürlich äh hier nicht auf irgendwelche spielchen ein komisches tinten was für ein name tinten her das ist doch irgendein buch oder ja ja komm gib mir noch den hit hier mein gott da fall halt ja ok fall halt alleine runter weißt du ist in ordnung ich brauche den kill nicht hi du guter ja ich lege mich einfach mit der ganzen Welt an scheiße nein 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 mann es hilft mir ja keiner kommt schon Leute kommt 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 hilf mir hilf mir hilf mir hilf mir hilf mir hilf ich mach hilf mann ich habe immer wenn ich ähm wenn ich so gutes Equip habe habe ich immer Angst in den Kampf zu gehen wie ihr gerade gesehen habt und so denke ich mir jetzt einfach ja YOLO so weißt du selbst wenn die mich jetzt mit zehn Mann auf mich drauf gehen ne Versuch ist es wert ja und Paul Kastl ist ja gerade anscheinend äh on the way das heißt ich unterstütze Paul Kastl ein wenig wenn er da seinen Boss Spam gemacht hat ok danke wow wow that worked well boah fuck ey Paul Kastl bitte nicht sterben du bist meine letzte Hoffnung oh Paul Kastl ist tot oh ne ach ne boah unser Bett ist im Vergleich zu deren aber super eingebaut aber macht ja auch nichts bisher haben wir auch keinen Angriff auf unser Bett zu verzeichnen ja gut ne ok lass ich jetzt einfach mal so stehen oh Gott dieses Equip Paul Kastl hat das Spiel wir sind einfach nur noch zu zweit warum warum zur Hölle leften die denn ohne Witz da ey bei sowas das ist doch einfach Bullshit oder jetzt sind die wieder geläftet und wir sind einfach 2 gegen 4 manchmal macht mich dieses Spiel aber auch fertig ey ach jetzt hör doch auf hat die sogar ein Schwert gehabt ey ja was sollen wir denn machen bitte da können wir nichts gegen machen ja die Runde werde ich wieder verlieren weil alle Teammates geläftet haben aber ist mir egal die nehme ich weil wir dieses Problem haben dass man auf die Bedrockserver gar nicht drauf kommt das ist ja eine nicht so tolle Sache halt hinten Herz wie geht jetzt alles alles fit im Schritt ja dann kommt er halt zu zweit ne jetzt zerstör doch mal das Bett ja Humako das ist ne das ist nicht so einfach wie du es meinst weißt du ok danke für die danke für die Ablenkung an mach du mal diese Inkompetenz Alter ohne Witz ne also das war meine Inkompetenz ne ich habe keinen beleidigt ja er ist gestorben aber ich könnte eigentlich meine Team Kameraden schon wieder richtig beleidigen ey dein ernst gibts auf als ob ich es aufgebe ich try es immer weiter schnocki hi ok so das war erstmal höchste Anstrengung des Todes und dann einfach Skill ja und ich will dass ihr jetzt alle bitte Skill in die Kommentare schreibt ok weil das war Skill das war einfach Skill und ich will dass ihr verdammt nochmal Skill in die Kommentare schreibt das war richtig cool ohne Witz ich freue mich grad dass die geschrieben hat dein ernst gibts auf und ich es einfach in dem nächsten Versuch geschafft habe und dann mit so einer geilen Sache ey ohne Witz ich freue mich so dermaßen gerade dass ohja ohja i like that ich stalk dich ich stalk dich ja ich merk schon alter ohne Witz das war episch ey und wie ich nichts mehr gesagt habe wie ich einfach high concentrated war holy shit boah so hab ich ein Bett noch nie abgebaut ey das war richtig cool ja das könnte man oh Moment die 21 Eisen die lass ich mal lieber in unserer Base so weil die könnten wir gleich gut gebrauchen so den tu ich auch mir hier in die Leiste äh ich dachte was da ist einer lol good to say jetzt ist er da unten ok ja ich meine würde ich mir holen ach komm ich passe einfach auf unsere Base auf es ist ja ist mir eigentlich auch egal was die jetzt machen ne hier guck die Chest guck sie dir an zack guck sie dir an wie sie geplantet ist guck sie dir an zack zack so ja die schießen jetzt richtig cool mein gott zu zweit sogar ach weißt du was zack 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 und alter jetzt hört doch auf einmal kurz lucken ob der da unten vielleicht rumgammelt aber tut er nicht so wir sind beide equipt zwar nicht gut aber besser als nichts jetzt torben hinter dir wie hinter mir was ist denn hinter mir moment da lol das war eine krasse aktion und das tut mir ein bisschen leid das zu marco das ja geghostet hat aber die blöcke habe ich ich wusste ja nicht was er hinter mir meinte und dann habe ich die blöcke selbst gesehen ne das ist ja wisst ihr auch alle tut mir ein bisschen leid dafür eigentlich wäre unser bett weg gewesen wahrscheinlich es sei denn ich hätte weiter weil ich kam ja schon auf die idee dass der da unten war halt weiter da unten rum geistert und sich irgendwie dahin baut das hat er dann auch getan wollen die jetzt ernsthaft die ganze zeit alter die holen sich gleich stärketränke und so ich töte die jetzt ach man boah alter du halt ja ohne witz hör auf mit der scheiße der spammt sogar noch bis an unseren spawnpunkt ey dieser spastisch ne ohne witz das sehe ich gar nicht mehr ein ja komm ey alter ohne witz ne das ist so low es ist so low lower geht es nicht ja fick dich ey ohne witz es ist so low es ist so low es ist so low ach dazu sag ich gar nichts mehr weißt du wenn die wenigstens mal machen würden aber sie machen ja gar nichts sie stehen da ohne witz ne es ist so low es ist so low boah echt ohne witz tötet mich immer wieder ich habe kein equip versteht ihr es nicht versteht ihr nicht dass ich einfach kein equip habe witz ne war da jetzt einer what the fuck wir hätten hier damage bekommen im moment ich glaube hier ist wieder einer oder im moment kann man da durch gehen ich check das ganze mal kurz aus wie hat er es gemacht hm ok keine ahnung ach da ist er lang ok er hat sich boah alter das ist krass das ist einfach krass wie der das gemacht hat respekt alter ohne witz es ist einfach es ist einfach billig es ist 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 sowas von billig das kann nicht deren da kann einfach nicht deren ernst sein ohne witz ist es ja schieß mich hier noch ab ach komm ohne witz ist das wirklich deren ernst alter was verstehen die an bad boys nicht ich verstehe alter ihr müsst auch schon unser bett mal abbauen ne ihr spastis so schwer ist bad boys wirklich nicht zu verstehen komm schieß mich wieder ab ich hol mir fucking blöcke und knüppel alter jetzt hör doch auf junge ihr seid solche noobs was macht er da alter es ist echt langsam ist mal gut jetzt stehen wir zu dritt und schießen uns ab was zur helle soll das denn die haben bestes Equip ich hab nichts und er hat ey ohne witz ne ja ich verstehe diese Leute nicht erklär bitte ich möchte einen in den Kommentaren sehen der mir das erklärt ich schäm dich ab Kollege du darfst nicht sterben du darfst uns nicht sterben überleb fuck das war richtig dumm alter was ist denn los mit denen echt ey ja jetzt sind sie da ok ja weißt du was ah komm ah fick dich ey scheiß nudes boah ohne witz ne ich das ist einfach lächerlich es ist lächerlich sie standen 10 minuten da rum haben bollspam gemacht es ist lächerlich es ist lächerlich lächerlich ist das ey ohne witz ne diese inkompetenz von denen alter ich könnte dafür schlagen echt ey tut mir leid dass ich jetzt wieder welche beleidige aber solche Leute haben doch einfach nicht das Spiel verstanden oder die da rumstehen 10 minuten lang ihren scheiß bollspam fickrunde machen und dann irgendwann sich mal endlich mal denken ach vielleicht kaufen wir sie mal an sie haben keinen Equip aber wir haben und wir alter diese diese oh Gott ey Leute und dafür dass ich das Bett so geil abgebaut habe ja könnt ihr einmal wirklich Daumen nach oben ja weil es war einfach cool fand ich und jetzt ähm wir waren zu zweit die waren zu viert es ist einfach lächerlich gewesen ja also die es war lächerlich kann man einfach so sagen sie freuen hier guckt euch den an hey haben gewonnen ja vier Leute gegen zwei ich hab deren Bett gesnackt richtig cool und ähm sie mit ihrem Bossband es war einfach lächerlich von denen okay Leute ich hoffe ihr lasst trotzdem eine positive Bewertung da wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder ähm hoffentlich mit Tobi und Flo wenn es euch gefallen hat dann lasst doch einfach eine positive Bewertung da was ich jetzt zum zehnten mal sage what the fuck und abonniert um nichts mehr zu verpassen wir sehen uns dann beim nächsten Mal hotte rein und ciao hotte